Heute der 10-Punkte-Plan gegen Krebs und zwar von Dr. McDougal. Ich werde auch mal so ein Video machen, wo ich meine 10 Punkte mal aufzähle und euch erklären werde, was ich denke, was man gegen Krebs machen sollte. Aber heute erstmal gehen wir mal auf die 10 Punkte von Dr. McDougal ein. Nämlich, der hat eine Liste und zwar diese hier, kann ich auch mal kurz vergrößern. Da sagt er nämlich, was gegen Krebs hilft. Okay, und das möchte ich mit euch mal durchgehen, weil es natürlich absolut mega genial ist, so eine Liste. Meine Liste würde ein bisschen anders aussehen, aber die Liste von Dr. McDougal auf jeden Fall sehr, sehr interessant und wollte ich mit euch hier besprechen. Für jeden denke ich auch etwas dabei, was er vielleicht noch nicht wusste oder vor allem für Leute, die mich noch gar nicht kennen, wenn wir jetzt das Video hier angeklickt haben, für die auch vielleicht ein Augenöffner. Hoffentlich merken die irgendeinen Zusammenhang zwischen Ernährung und Krebs. Man kriegt Krebs von Ernährung. Von daher gucken wir uns hier mal die 10 Punkte an. Also gehen wir mal Punkt für Punkt durch. Ich habe auch ein paar Studien rausgesucht und so, um das ein bisschen zu untermauern. Aber ihr wisst ja, ich habe ja eine Krebs-Playlist. Da habe ich schon 30 Videos oder was über Krebs gemacht. Also ich bin ziemlich fit in diesem Bereich und von daher hier mal die 10 Punkte. Ja, ich werde einfach zu jedem Punkt etwas sagen. Ich habe das so gesagt auf Deutsch übersetzt. Punkt Nummer 1 auf dieser Liste ist Gewicht verlieren. Übergewicht erhöht deine Wahrscheinlichkeit für jede Krankheit, sollte man denke ich auch mittlerweile mitbekommen haben. Natürlich je mehr Körperfettanteil du hast, umso höher ist deine Wahrscheinlichkeit für Diabetes, für Herzinfarkt, für Hirninfarkt, für Krebs. Das ist eigentlich ganz klar, weil das einfach daran liegt, dass du dich wahrscheinlich ungesünder ernährst, je mehr Körperfett du hast. Und von daher steigt dein Risiko auch. Der nächste Punkt ist einfach nicht nur, dass dein Körperfett ein Anzeichen dafür ist, die ungesund du dich ernährst, sondern auch das Körperfett, das du dir aufbaust, das macht ja auch etwas in deinem Körper. Okay, das sitzt ja nicht nur in deinem Fettdepot, sondern das macht auch etwas in deinem Körper. Und zwar, was macht es? Ich habe ein Körperfett-Video gemacht, da habe ich das mal erklärt, auch mit Wissenschaft, soweit ich weiß. Körperfett produziert IGF-1, okay, das produziert diesen stärksten Wachstumsfaktor, den es im menschlichen Körper gibt. Also sorgt das wiederum für Wachstum im Körper, dass Zellen wachsen. Das ist schon mal ganz, ganz schlecht für Krebs. Also ganz, ganz schlecht, wenn man keinen Krebs kriegen will. Für Krebs ist es gut, weil dann wächst er schneller. Aber du willst natürlich niedrige IGF-1-Spiegel haben. Und ihr kennt vielleicht meine IGF-1-Videos. Laut Wissenschaft, wer hat den niedrigsten IGF-1-Spiegel? Veganer, weil die essen keinen IGF-1-Promoter und auch keinen Pre-Font IGF-1. Also das schon so fertig zusammengebaut ist und im Körper einfach wirklich für Wachstum sorgt. Von daher, Veganer, niedrigsten IGF-1-Spiegel. Und also Körperfett produziert IGF-1, produziert Entzündungen. Ja, es stößt die ganze Zeit entzündliche Stoffe aus in den Körper, in die Blutlaufbahn. Ja, du hast die ganze Zeit Entzündungen. Kann man auch messen lassen. Je fetter man ist, umso mehr Entzündungen hat man. Dann kann man einfach irgendeinen Biomarker messen lassen, Interleukin-6 oder so zum Beispiel. Und feststellen, dass man mehr Entzündungen im Körper hat. Dann der nächste Punkt, Östrogene. Körperfett produziert Östrogene. Östrogene sind auch ein Karzinogen. Wenn du von außen Östrogene zu dir nimmst oder dein Körper anfängt Östrogene zu produzieren, die er überhaupt nicht produzieren sollte. Ja, dein Körperfett sollte keine Östrogene produzieren. Weil du dieses Körperfett nicht haben solltest. Weil die Körperfett diese ganzen schädlichen Sachen produziert. Deswegen hast du noch nie einen 100-jährigen Dicken gesehen. Ja, mit so einem Bauch. Hast du noch nie gesehen. Weil das Körperfett nimmt ihn vorher schon aus dem Leben raus. Das lässt dich nicht alt werden. Alte Menschen sind meistens dünn, sind die abgemagert. Weil Körperfett wird dich einfach aus dem Leben nehmen, schon früher. Von daher, also Körperfett. Produziert IGF-1, produziert Entzündungen und produziert Östrogene. Deswegen, ja, je mehr Körperfett du hast, umso mehr Krebs wirst du kriegen. Deswegen Tipp Nummer 1. Gewicht verlieren. Und übergewichtige Menschen sterben schneller, wenn sie Krebs haben. Ja, also die sterben einfach schneller, als wenn die jetzt nicht fett wären, aber diesen Krebs hätten. Dann würden die länger leben. Das liegt einfach genau daran, was ich gerade erklärt habe. Weil der Körper diese ganzen Sachen produziert und du schneller stirbst. Dann, der zweite Punkt, aufhören Fleisch zu essen. Well, ich weiß nicht, ob ich das noch sagen muss. Ob das nicht den Menschen schon klar ist, hat man bestimmt irgendwo schon mal gehört. Und das liegt einfach daran, dass Fleisch natürlich alle Karzinogene hat, die Krebs auslösen. Es hat erstens Karzinogene. Man kann sagen, Fleisch besteht aus drei Inhaltsstoffen. Und alle drei Inhaltsstoffe sind Karzinogene. Es besteht aus Karzinogenen, wie man hier in der Liste sieht. Das ist ein kleiner Ausschnitt davon. Es besteht aus tierischem Fett. Tierisches Fett ist ein Karzinogen. Guckt meine Videos, wenn ihr es nicht glaubt. Mit Wissenschaft. Tierisches Protein ist ein Karzinogen. Auch guckt meine Videos mit Wissenschaft. Und ich habe auch, ich habe das auch hier in meiner Liste müsste das. Hier, tierisches Protein und Krebs. Genau, die Wissenschaft, tierisches Fett und Krebs. Die Wissenschaft dazu. Also das ist der Grund, warum ihr immer wieder hört, Fleisch ist krebserregend. Ja, das liegt daran, dass in Fleisch alles drin ist, was Krebs auslöst. Wenn man diese ganze Sache mit Ernährung verstehen will und verstehen möchte, warum ist das so, dass das Krebs auslöst und das Krebs präventiv ist. Da muss man einfach verstehen, sind da die Inhaltsstoffe dafür. Ja, das ist ganz genau der Knackpunkt. Wenn du das verstanden hast, hast du alles verstanden. Hat es die Inhaltsstoffe. Jetzt kommt eine Studie oder irgendeine Person, irgendein Hochkarber oder so sagt, ein Apfel ist krebserregend. Dann musst du überlegen, hat ein Apfel die Inhaltsstoffe, um krebserregend zu sein? Hat es nicht, weil es kein einziges Karzinogen hat, es hat nur Antikarzinogene, deswegen kann es nur krebspräventiv wirken, aber nicht krebs auslösen. Ein Tierprodukt hat keine Antikarzinogene, es hat nur Karzinogene, wie ihr hier auf der Liste seht und es besteht aus tierischem Fett und tierischem Protein. Beide sind Karzinogen und deswegen lest ihr überall, Fleisch ist krebserregend. Einfach Logik, logisches Denken und ehrlich zu sich selber sein, auch wenn man Fleisch isst. Einfach ehrlich sein. Als ich damals Fleisch gegessen habe, da wusste ich auch, das ist zwar krebserregend, aber was soll man machen? Muss man ja essen, aber es ist krebserregend. Das kann man nicht, also wer das denied, der ist einfach ein Realitätsverweigerer und das ist einfach so. Von daher, wenn die Realität nicht annehmen will, kann man nichts machen. Von daher hier ganz, ganz wichtig. Ja, also der zweite Punkt auf der Liste, aufhören Fleisch zu essen. Dann der dritte Punkt auf seiner Liste ist, aufhören Milch zu trinken. Hat das schon mal jemand gehört? Milch und Krebs. Wieder genau dasselbe System wie bei jedem Tierprodukt. Warum oder kann es krebsauslösend sein? Gucken wir uns an, aus was besteht Milch, wenn du das Wasser rauslässt. Aus was besteht Milch? Tierisches Fett und tierisches Protein. Beides Karzinogene, deswegen löst es Krebs aus. Und weil es eine Hormonschleuder ist und zwar nicht Hormone, die da reingetan wurden von Menschen, sondern die normalen Hormone, die in deinem Gewebe drin sind, überall in jedem Gewebe und in jeder Körperflüssigkeit, zum Beispiel in Muttermilch, das sind Hormone, damit das Baby wächst. Kuhmilch sind Hormone, die in deinen Körper kommen und dort Sachen wachsen lassen. Deswegen kennt ihr vielleicht Studien, warum gibt es diese ganzen Kuhmilchstudien mit Krebs, dass es Krebs auslöst. Warum wird das immer erzählt? Weil es die Inhaltsstoffe dafür hat. Kennt ihr meine Studien hier? Kennt ihr? Habe ich mal so 100 Stück verlinkt. Damit niemand denkt, ich ziehe mir irgendwas aus der Nase. Ich gebe nicht meine Meinung wieder, ich gebe die Meinung der Wissenschaft wieder. Darum geht es hier auf meinem Kanal. Und ja, kannst du mal reingucken, dir ein paar Studien raussuchen. Hier auch immer natürlich unten verlinkt die Videos, wo die Studien besprochen wurden. Und von daher alles ganz, ganz einfach. Milch natürlich musst du meiden. Milch und Milchprodukte dann natürlich auch. Auch kein Joghurt, auch kein fettarmer Joghurt und kein Quark, kein Eis und sowas. Weil da ist ja überall Milch drin. Von daher dieser Punkt ganz, ganz wichtig. Aufhören Milch zu trinken. Das war Punkt Nummer 3. Punkt Nummer 4. Aufhören Wachstumspromoter zu sich zu nehmen. Das heißt Wachstumshormone, IGF-1-Promoter oder Preformed IGF-1 direkt. Wo gibt es die einzige Quelle für Preformed, also schon fertiges IGF-1, sind Tierprodukte. Gibt es nur in Tierprodukten. Wo gibt es IGF-1-Promoter? Nur in Tierprodukten gibt es IGF-1-Promoter. Pflanzliches Protein senkt dein IGF-1-Spiegel, tierisches Protein erhöht dein IGF-1-Spiegel. Das ist alles so gemacht mit Absicht. Wenn du wirklich dich sehr viel mit Ernährung beschäftigst, dann erkennst du diesen Zusammenhang, wie das wirklich mit Absicht alles so gemacht wurde. Genau das gleiche Cholesterin ist ein Carcinogen. Cholesterin hat man nur in Tierprodukte reingesteckt. Ganz komisch. Und von daher Punkt Nummer 4. Und Wachstumshormone natürlich sind nur in Tierprodukten. Von daher Punkt Nummer 4 aufhören, Wachstumspromoter zu sich zu nehmen. Punkt Nummer 5. Und jetzt wird es ganz interessant. Punkt Nummer 5 aufhören. Das sagt er, nicht ich. Das sagt, er sagt, aufhören Öl zu konsumieren. Seht ihr das? Muss ich wieder groß machen, aber ich muss das die ganze Zeit wieder klein machen, weil ich muss ja andere Tabs öffnen. Punkt Nummer 5. Könnt ihr es lesen? Du sollst Öl aufgeben. Du sollst Öl aufgeben. Ich bin hier der größte Anti-Öl-Promoter auf YouTube, den es gibt. Und das liegt einfach daran, dass ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe und durch McDougal auf diesen Trichter gekommen bin, dass es ungesund ist. Und dann habe ich Videos gemacht. Ein Video hat angefangen zu trenden, hat eine halbe Million Aufrufe gekriegt. Und ja, ziemlich, ziemlich üble Sache. Den Menschen aufhören zu erzählen, dass sie aufhören sollen, Öl zu konsumieren. Das ist eine üble Sache, glaubt mir. Dafür, ja, kriegst du sehr, sehr schlimme Nachrichten. Von daher, Öl darf man nicht zu sich nehmen. Warum nicht? Weil Öl, was ist Öl? Ja, setz dich vor eine weiße Wand und überleg mal selber, was ist Öl? Öl ist isoliertes, oxidiertes Fett. Und Fett korreliert immer mit Krebswachstum, weil es ein Oxidant ist. Deswegen, je mehr Fett jemand isst, umso mehr Krebs hat er. Je mehr Fett jemand isst, umso fetter ist er. Da wären wir wieder bei Punkt 1. Und von daher, ich habe hier mal eine Studie rausgesucht. Eine kleine, und zwar hier die einzige Studie, an Menschen wurden solche Studien halt nicht gemacht, aber hier die Tierstudie ganz interessant zeigt, wenn man Rattenöl gibt, dann haben die Metastasenwucherung. Ja, und dann ist der, die, die Öl kriegen, haben 1000 mal größere Metastasen als die, die dieses Öl nicht kriegen. Ja, von daher sage ich immer, ja, Öl ist radikal Plörre. Es lässt Krebszellen wuchern im Körper, weil es halt isoliertes Fett ist. Ja, was soll isoliertes Fett anderes in deinem Körper machen? Deswegen sagt McDougal auch, ne, der ist ja natürlich auch megamäßig gegen Öl, so wie jeder Plant-Based-Doktor, ne, absolut 100% gegen Öl ist. Von daher, ja, Punkt Nummer 5, kein Öl konsumieren. Ja, die größten, zwei größten Krebspromoter in der menschlichen Ernährung, tierisches, Tierprodukte und danach Öl. Ja, und Punkt Nummer 6, vermeide Kontakt mit krebserregenden Chemikalien, zum Beispiel Asbest, Abgase und Rauch, ne, sollte ganz klar sein. Punkt Nummer 7, mehr Phytochemikalien essen, die das Immunsystem aufbauen. Alles, was dein Immunsystem aufbaut, ist natürlich pflanzlich. Phytochemikalien bauen dein Immunsystem aus. Phytochemikalien gibt es nur in Pflanzen, ne, hat einen bestimmten Grund, warum das so ist. Und von daher, ja, mehr Phytochemikalien essen. Und Punkt Nummer 8, baue eine gesunde Darmflora auf. Was baut die Darmflora auf? Sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe, ja. Das essen die Darmbakterien, die guten, und dann bauen die sich auf. Ja, die schlechten sterben dann aus. Und der Witz an der ganzen Sache ist, ich glaube, ja, hier, ich habe es auch hier, ja, zum Beispiel in diesem Video, ich habe in einigen Videos schon Wissenschaft gezeigt, wie man Darmflora aufbaut, ne, laut Wissenschaft. Das ist eine, das seht ihr es auch im Text, ne, steht es. Vegan Diet, ja, vegane Ernährung wird von der Wissenschaft immer empfohlen, wenn es zum Aufbau von gesunder Darmflora geht. Hier in dem Video ging es darum, wie man Leaky Gut verhindert. Und, ja, man baut sie mit sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen auf. Und der ganze Witz an der Sache ist, schon wieder, sekundäre Pflanzenstoffe gibt es nur in Pflanzen, hat einen bestimmten Grund. Und Ballaststoffe, das essen die, ja, jeder weiß, Ballaststoffe gut für den Darm und so, weil das für eine gute Darmbesiedlung sorgt und dass die Peristaltik richtig arbeitet und dass die Karzinogene, die man isst, ja, Tierprodukte, dass die die Darmwand nicht zu lange penetrieren und das schnell durchgeschoben wird. Ja, stell dir vor, du isst diese Karzinogene gar nicht erst. Krass. Und, äh, Ballaststoffe, ne, davon ernähren sich deine guten Darmbakterien. Und Ballaststoffe gibt es nur in Pflanzen, ja. Ja, ich weiß, es ist, äh, es ist nicht zu fassen, es ist alles so unendlich offensichtlich, aber oh well. Und von daher, so füttert man die Darmflora mit sekundären Pflanzenstoffen und Ballaststoffen. Beide gibt es nur in Pflanzen. Dann Punkt Nummer 9, mehr antikarzinogene Essen, also sekundäre Pflanzenstoffe wie Carotinoide und Flavanoide, ja, sekundäre Pflanzenstoffe gibt es nur in Pflanzen, ja, gerade schon gesagt. Von daher, antikarzinogene gibt es nur in Pflanzen, Carzinogene gibt es nur in Tierprodukten, ne, deswegen, du kannst zwar beim Erhitzen von pflanzlichen Produkten auch ein paar Karzinogene, äh, äh, erschaffen, dadurch, dass du uns ein bisschen ankokelst, zum Beispiel alles, was durch Erhitzen schwarz wird, ist ein Karzinogen, ja, ist absolut krebsauslösend. Und deswegen willst du niemals irgendwas Schwarzes essen, das durch Erhitzen schwarz geworden ist. Ähm, von daher, ne, aber wir reden von den Stoffen, die automatisch immer da drin sind, ne, Karzinogene sind immer nur in Tierprodukten drin, ja. Von daher willst du antikarzinogene Essen. In Tierprodukten gibt es keine antikarzinogene, weil antikarzinogene sind sekundäre Pflanzenstoffe, die gibt es nur in Pflanzen, ne, deswegen, äh, willst du mehr Pflanzen essen, ja, oder wenn du ein kluger Mensch bist, der, ähm, ja, halt auf einem ganz anderen Bewusstseins, äh, Level ist, dann kommt er auf die Idee vielleicht nur Pflanzen zu essen, ne, und das heißt nicht Salat, sondern Kartoffeln, Nudeln, Hirse, alles, ne, was du dir vorstellen kannst. Nicht Salat. Und Punkt Nummer 10 auf seiner Liste, recht interessant, er sagt mehr Folsäure essen. Äh, kennt ihr das Video von mir, hier habe ich mal gezeigt, äh, was Folsäure angeht, auf keinen Fall das Isolat essen, ja, mega schädlich, Folsäure, Isolat, also Tabletten oder Pulver, was auch immer, was aus dem Chemielabor kommt, sondern Folsäure, hier habe ich mal aufgeschrieben, wo Folsäure drin ist, ja, das sind die Folsäure-Lieferanten, kannst ja einfach merken, alles Pflanzliche. Von daher, ja, ganz interessant seine Liste, 10 Punkte. Und von daher, ich mache auch mal so eine Liste, wird sicherlich interessant, wird garantiert ein bisschen anders aussehen, aber das ist McDougals Liste, sehr, sehr interessant, finde ich. Habe ich das jetzt eigentlich gesagt, Folsäure, mehr Folsäure essen, weil es, äh, laut Wissenschaft auch Krebs präventiv wirkt, ja, deswegen hat er das hier als Punkt 10 aufgeführt, also das ist die Liste von meinem Mentor, was er sagte, was man gegen Krebs machen soll oder auch präventiv natürlich, um gar nicht erst Krebs zu kriegen. Und, äh, ja, ich hoffe, das Video war ganz interessant, Leute. Ja, ich finde das sehr interessant, diese 10 Punkte, motiviert mich auch, selbst so eine 10-Punkte-Liste zu machen. Und von daher, ich hoffe, jeder konnte etwas mitnehmen und wenn ihr mich unterstützen möchtet, dann werdet gerne Kanalmitglied und guckt ein weiteres Video von mir. Peace.